So, puh, okay, ja, so, das ist dann schon mal fertig, das heißt, jetzt geht's zurück nach Hause. So, ich hab mir deswegen auch die Koordinaten abfotografiert. Boah, ich hab keine Ahnung, welches davon was ist. Ah ja, okay, dann geht's nach Hause. Minus, minus, okay, nach da. Nach der erstmal und dann ganz in die andere Richtung. Ja, in die andere Richtung. Als ob, das hab ich selber nicht mal gewusst, dass ich von da gekommen bin. Krass, krass. Also einfach nach vorne. Einfach nach vorne laufen und dann ein bisschen so nach links. Ich glaub, ich sollte den Weg schon eigentlich ein bisschen kennen. Hier war die krasse Höhle mit dem Minenschacht da unten, da wir aber nach dem Nerrer hingehen. Nicht vorm Nerrer. Wow. So, ich, jetzt muss ich einfach nur noch hier hingehen. Einfach nach vorne und bald seh ich da, glaub ich, mein Zuhause. Hä? Wieso kommt hier Wasser? Ach, das ist einfach nur so ein großer See? Ja, da erkenne ich's schon von hier. Ja. Perfekt. Ich erkenne's schon von hier, das ist das. Okay. Gut. Dann hab ich das. So. Okay, ich bin gespannt. Ist es da? Und, ist es das? Ja, das ist meins. Hier sind immer so viele Kühe drin. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie so, so viele Kühe hier mal sind, aber... Hm, genau. Da, perfekt. Da ist es. Mein Haus. Langsam sollten auch die Weizen hier gewachsen sein. Geh' ich mal davon aus. Ach. So, dass sie nicht wanted sind. Äh, perfekt. So. Guter Schild können wir jetzt irgendwo dahin tun. Schild werde ich ja wahrscheinlich noch brauchen, deswegen tue ich's lieber als Boot hier hin. Was brauche ich denn von denen gar nicht? Die Hacke gerade. Okay. Das heißt, ich glaube, ich kann mir jetzt full Netherrüstung und ein Nether Schwert machen. Hoffe ich mal. Spawne ich mir natürlich wieder hier den Respawn-Punkt. Ah, nee, das mache ich immer automatisch. Ich kann ja eh nicht mehr respawn. So. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Das geht nicht. Ich wollte jetzt... Äh, achso, Eisenbraten. Elf Eisen. Wie viel hatte ich denn hier noch? Fünf, oder? Äh. Boah, I don't know. Ich weiß nicht. Wie viel Eisen habe ich denn noch? Ah, hier, vier. Vier, dreizehn. Das heißt... Boah, hier braucht man aber acht. Ich glaube, das wird sogar auch nicht reichen. Hm. Das ist natürlich dann echt dumm, gell? Also, ich muss da wahrscheinlich nochmal. Boah, das ist ja echt dumm. Also, ich kann ja, glaube ich, auch Lederrüstung haben. Aber das fällt dann ein bisschen schwächer. Ich schau mal. Ich schau mal jetzt am besten. Wie viele Mobs sind denn hier schon? Kein Mob bis jetzt, okay. Wo sind denn die Endermans? Ja, jetzt muss ich noch eine Kohle verbrauchen. Wegen... Einem... Wegen drei Eisen. Egal, die werde ich dann... Äh, da werde ich noch was anderes... Nehmen. Ich mach Schild hier hin. So, Essen hab ich auch echt wenig wieder. Hm, jetzt muss ich kurz warten, bis das Eisen fertig ist. Noch ein paar, so zehn Sekunden oder so. Fünf Sekunden. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es dauert zehn Sekunden, okay. Ach, komm schon. So, das machen wir noch rein. Und ich brauch noch mehr Essen. Wer will denn hier gleich direkt schnell sterben? Schaf hier. Äh, schaf. Äh, Pick hier. Stirbt hier direkt. Und Kuh sag ich mir auch. Denn ich brauch auch genug Essen für den Nerder. Und ich sollte eigentlich Gold mitnehmen. Wieso hab ich Gold nicht mitgenommen? Weil ich denk sogar, Gold könnte ja nützlich sein. Okay. Ah, schnell, schnell, schnell. Das wird eh nichts mehr. Ja, ja, das wird... Okay. Ich würde die noch, äh, brennen lassen. Ansonsten bereite ich mich jetzt vor für den Nerder. So, was nehmen wir mit? Äh, auf jeden Fall... Hm. Wie viel? Ich glaub, die Brustplatte gibt am meisten. Okay, wir nehmen die Brustplatte rein. Wir nehmen die Brustplatte. Dann nehmen wir... Schuhe... Oder Helm. Oder Hose. Hose wär auch gut, aber dann hab ich ja gar kein Eisen mehr. Auch nicht mehr für ein... Eisenschwert. Oder ich nehm halt ein... Eisenschwert. Kann dafür aber noch... Hä? 1, 2... 1, 2... Nein. Oh, schwierig. Ich glaub, ich mach mir sogar ein Eisenschwert. Das ist nur ein Attack-Damage. Unterschiedlich. Ja, komm, ich mach mir in der Hose. Ich glaube, das war jetzt überhaupt nicht die schlaueste Option. Was seht sich so dumm aus? Ja, komm. Wir haben ja Schild, Steinschmerz. Hälfte von... Äh... Rüstung. Das ist auch nicht schlecht. Fackeln. Brauch ich. Etwas zum Hochbauen. Brauch ich. Essen. Essen, essen. Brot habe ich. Boot brauche ich nicht. Was brauche ich denn noch für den Nieder? Spitzhacke. Spitzhacke ist safe. Sand brauche ich jetzt aber auch nicht. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Dann brauche ich... Dann ist das alles hier unnötig. Ja, komm. Das nehmen wir noch safe mit. Okay, das... Ja. Was soll man da machen? Okay, das nehme ich auch mit. Glas brauche ich jetzt nicht für den Nieder. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Es wird zwar schon... Nacht. Dann würde ich sagen, was jetzt Nacht wird, und ich mache ja eine Folge, eine Nacht, würde ich jetzt... Komm, egal. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Los geht's. In den Nieder. In den Nieder. Okay. Ich spawne direkt bei einem krassen Punkt. Ja, ich habe keinen Bock auf Skeletten. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ja. Ich lief. Nieder. Ich lief, Nieder. Das ist... Okay. Hier warten direkt tausend Skelette... Skelette auf mich. Es warten direkt tausend Skelette auf mich. Also, ich weiß nicht, was die richtig dabei gedacht haben, aber... Was soll ich da machen? Auf mich warten tausende von Skeletten. Direkt. Tausende von Skeletten. Dumm. Ist nun gelaufen. Ich überlege wirklich... Ob ich in den Nieder gehe. Aber... Ja, ich gehe. Ich gehe nächste Nacht nochmal. Aber ich muss mir echt was Besseres einfallen lassen. Ich baue mir, glaube ich, noch ein Schild. Ne, ich habe nichts mehr. Das macht auch gut, Damage. Das nehme ich sogar auch mit. Zum Damage machen, falls es nötig ist. Ja. Dann würde ich sagen... Morgen greifen wir an. In den Nieder. Ich brauche einfach nur neun Endermans, gell? Neun Endermans, um das durchzuspielen. Neun Endermans. So. Kann ich jetzt schlafen? Ja. Gut. Gut. Vielen Dank.